rein, raus, rein, raus, rein, raus, beim schönsten Wetter sind wir in den Trillern am Arbeiten und wenn Dreckswetter ist, dürfen wir draußen Wärmepuppen installieren. So jetzt zeig ich euch mal der Harry, wie man ein Kondom anzieht, aber nicht ein Kondom oder ein einfacher Kondom, ein Vierfachkondom, Achtung Ja, Kleid mit drin schmiert, macht das gerne. Das muss man immer gut kleiden, sonst tut das genauso weh, wenn man das daheim macht. Ja, das müssen wir jetzt leider rauschen, alles klar. Ja, ja, so. Ich hätte ja auch die Rohrwein geschmiert. Einmal flutscht, flutscht das. Mit Kondom geht keiner nicht um. Was ist das? Ich muss jetzt Schluss machen, ich muss mit Abend packen, ich kriege wieder den allein gepackt. Reink, raus, rein, raus. Reink, raus, rein.